Die Palettierung ist Teil Ihrer Produktionslinie, der weder Ihre noch die Zeit Ihrer Mitarbeiter in Anspruch nehmen sollte. Daher wissen Sie, dass Robotersysteme der richtige Weg ist. Doch wie findet man die passende Lösung in einer komplexen Vielfalt an Systemen und Anbietern? Wie können Sie sicher gehen, dass die Installation erfolgreich verläuft und Ihr Gesamtsystem tatsächlich funktioniert? Der CSI iPerl ist eine kompakte und vollständig hochqualitative, sofort betriebsbereite Palettiereinheit. Er funktioniert vollautomatisch und kann an jedes Ende einer beliebigen Produktionslinie integriert werden. Konstruiert aus höchst zuverlässigen Komponenten und geprüfter Technologie ist er durch leicht verständliche Software schnell auf andere Formate umzustellen. Kombiniert mit der Erfahrung unserer Experten garantiert Ihnen der iPerl vollste Einsatzfähigkeit innerhalb weniger Wochen nach Bestellung und während seiner gesamten Lebensdauer. Der iPerl ist so konzipiert, dass er selbst in verschiedenen Konfigurationen einfach zu bedienen ist und die maximale Kapazität für Ihre Produktion bereitstellt. Durch die eingebauten Sicherheitsfunktionen macht er das Palettieren zu allen Zeiten sicher und effizient. Haben wir Sie noch nicht überzeugt? Gerne können Sie unseren iPerl für eine kurze Zeit mieten und testen.